Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ich wollte euch heute mal zeigen, wer eigentlich alles bei mir GTA 5 spielt. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch mal ein kleines Special zeigen. Und zwar werden wir jetzt mal ein paar Kühe töten mit der Sniper. Ja, ihr habt richtig gesehen, das hier ist GTA 5. Und es gibt sogar eine Ranch mit ganz, ganz vielen Kühen. Ich denke mal, das sind Kühe, ja. Und die können wir jetzt theoretisch mit der Sniper einfach so abknallen und jagen. Guck mal, wie die rennen. Zack. Da vorne noch eine. Ha, die haben alle keine Chance. Und ich habe da vorne nicht nur eine Kuh gesehen, sondern auch ein Schwein. Ja, da haben wir es. Guckt euch das mal an. Zack. Oh, das arme Schwein. Aber er musste sterben. Und da ist sogar Matsch, Leute. Und jetzt schaut mal auf die Füße. Cool, oder? So. Machen wir mal einen Headshot. So. Spaß vorbei. Ähm. Ja. Hier haben wir zum Beispiel die ersten, der GTA 5 spielt. Da spielt noch einer GTA 5. Noch einer GTA 5. Klar, ein paar sind noch im Black Ops drin. Da fängt es wieder an. GTA 4, GTA 4. Die haben es noch nicht. GTA 5 und GTA 5, GTA 5 und alle zocken GTA 5, Leute. Es ist wirklich so. Aber guckt euch doch mal das Spiel an. Ist das nicht geil hier? Somit sage ich tschau, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.